Einen wunderschönen. Der Titel sagt es. Boah, ich bin ja immer noch ein bisschen müde. Genau, der Titel sagt es. Wir sprechen heute über gesundes Gamen. Gesundes Gamen kann natürlich so einiges heißen. Es ist ein sehr, sehr breit gefächerter Begriff und sagt eigentlich im ersten Moment zumindest offensichtlich nichts anderes aus, als sich natürlich körperlich gesund zu halten. Ob das Ganze facettenreicher ist, und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es das ist, das werden wir auf jeden Fall in diesem Video sehen und ausdiskutieren. Ich hatte ewig keine Real Talk Folge mehr und ich finde trotz allem zwischen diesem ganzen Ja, bei Dragon's Fall müsst ihr das machen und ja, hier ist ein Review und da ist ein Review, gehört etwas Real Talk auf jeden Fall dazu. Denn ich habe natürlich dadurch, dass ich ein bisschen älter bin als viele der Leute auch, die hier den Channel mit mir teilen und sich daraus eine Beschäftigung machen, habe ich natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und diese Verantwortung, die ist zwar noch nicht so groß, weil wir noch nicht so viele Abonnenten haben, aber ich denke, das ist bei jedem Einzelnen doch alleine schon relativ wichtig. Gesundes Game. Zunächst einmal, wieso gesundes Game? Wir alle kennen die Vorteile vom Game. Es macht natürlich sehr, sehr viel Spaß und nebenbei hat man Interaktionen mit anderen Menschen, die uns in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein können. Wie zum Beispiel, man lernt andere Sprachen und zwar teilweise, und das wissen wir inzwischen alle, besser als in der Schule. Also ich denke, vor 20 Jahren waren die Kinder nicht annähernd so begabt, als sie in die Schule gekommen sind, der englischen Sprache mächtig. Das sind alles Dinge, die das Internet mehr oder weniger hervorgerufen hat, weil wir ja gar keine andere Wahl haben, als uns mit internationalen Menschen, auch international auf einer Sprache zu unterhalten. und die ist nun mal nicht deutsch. Das ist ein Vorteil, ein eindeutiger Vorteil. Andere Vorteile sind, dass man natürlich oft kreativ tätig sein kann. Man kann seine kognitiven Fähigkeiten trainieren oder seine Hand-Augen-Koordination. Spiele sind nicht das, was die Erwachsenen, sage ich mal, oder die, die nicht in dieser Generation aufgewachsen sind, aus ihnen machen. Aber das ist weder der Teufel noch sonst irgendwas, zumindest in meinen Augen. Meine Mutter würde mich jetzt dafür schlagen, weil sie meint, Computer sind der Teufel, ist aber eher eine religiöse Ansicht. Sondern haben tatsächlich unser gesamtes Weltbild ein wenig verändert. Die Sache ist die, viele überziehen das ganze Prozedere und machen sich das Leben sehr, sehr schwer. Und wir werden heute darüber reden, wie wir, wie sie sich das ganze schwer machen. Und natürlich werden wir zu dem Problem auch eine gewisse Lösung finden. Ja? Denn die Nachteile vom Game sind immanent. Und das wissen die meisten von euch. Und vielleicht, auch wenn sie sich das nicht ganz eingestehen, oder nicht immer, steckt man selber in einem dieser Fehler drin. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Kaffee trinken. Stundenlang am Rechner hängen ist mal absolut nicht gut für unseren Bewegungsapparat und unseren Rücken, für unseren Körper allgemein. Und das ist eine Sache, unter der viele Leute zu leiden haben. Ich glaube, im Laufe der Zeit habe ich das Gefühl, die bekomme ich immer mehr im Buckel. Zudem bin ich oft müde. Weil ich, also zumindest wenn ich lange, lange Sessions, Gaming-Sessions hinter mir habe, dann bin ich permanent müde. Ich werde nie richtig wach. Das liegt natürlich an der mangelnden Bewegung. Wenn man hier permanent sitzt und auch noch unglaublich beschäftigt ist, mit welchem Game auch immer, führt das in den meisten Fällen noch dazu und verführt auch, sehr viel Fast Food zu essen. Weil es muss ja schnell gehen. Die Leute, mit denen man vielleicht im Teamspeak ist oder in irgendeiner Gruppe, die warten. Also rennt jeder, schmeißt sich was vielleicht in die Mikrowelle oder macht sich kurz ein Brot, was immer noch das Beste wäre. Und dann war es das. Im Endeffekt allerdings, wenn man das jeden Tag, Tag für Tag macht, dann ist das zum einen nicht gesund und zum anderen ist das auch nicht unbedingt schönheitsdienlich. Jedenfalls nicht schönheitsdienlich im Sinne von dem Schönheitsideal, was die Gesellschaft uns heutzutage mehr oder weniger auferlegt. Für mich ist die Gesundheit darum einiges wichtiger. Aber ich habe das selber gemerkt, wenn ich zwei, drei Wochen hier sitze und nichts anderes tue, außer zu zocken, wie ich das vorher mal gemacht habe, wenn ich Urlaub hatte oder Ferien oder was auch immer, dann nehme ich schnell zu. Und ab diesem Moment fühle ich mich nicht mehr wohl. Und ich meine nicht unbedingt, zum einen dadurch, dass ich ja gewöhnt bin, dass ich grundsätzlich versuche, das so zu verpacken, dass die Leute, die etwas Übergewicht haben, das bitte nicht falsch verstehen. Jeder, der Übergewicht hat und mit sich damit zufrieden ist, der soll das von mir aus tun. Es geht eher um die gesundheitlichen Einschränkungen und für viele Leute die Tatsache, dass man als dicker Mensch, ich sage es so wie es ist, oft Probleme hat, soziale Interaktionen zu pflegen und sich dabei auch gut zu fühlen. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist nicht meine Meinung. Ich habe überhaupt gar kein Problem. Die lustigsten Menschen sind dicke Menschen. Umso dicker ich werde, desto lustiger werde ich auch, habe ich so öfter das Gefühl. Wobei sich das bei mir immer noch so in Grenzen hält. Es gibt echt tatsächlich Momente, wo ich mir denke, jetzt könntest du auch mal wieder. Ein bisschen weniger. Ich fühle mich dann einfach nicht wohl. Aber wie gesagt, versteht mich da nicht falsch. Jedem das Seine. Ich denke allerdings, dass sich da viele Leute teilweise auch anlügen. Sich selbst und einfach sagen, es ist nicht so schlimm. Sich aber durchaus besser fühlen würden und besonders vielleicht auch besser in der sozialen Welt zurechtkommen würden, in unserer Gesellschaft, wenn es nicht so wäre. Abgesehen von der Tatsache, dass es einfach nicht gesund ist. Also bitte, bitte seid mir da nicht böse. Das ist meine Meinung dazu. Psychologisch gesehen ist nämlich ein ganz, ganz großes Problem da. Und im schlimmsten Falle sind die Nachteile, die man durch exzessives Gaming, durch monotones Gaming verheerend, die Nachteile, die man dadurch eventuell erlangen kann. Wir haben zum einen die Minderung sozialer Kontakte. Klar, wenn man lange, lange zu Hause ist und nichts anderes macht, außer zu zocken, dann hat man zwar immer noch soziale Kontakte vielleicht im Internet, aber das ist bei weitem nicht dasselbe. Das werden viele von euch wissen, auch wenn manche von euch sich das vielleicht nicht eingestehen. Aber das sind nicht dieselben sozialen Kontakte, denn wir sind hier hinter einer Mauer. Auch wenn man sich eventuell durch Webcams, so wie ich das gerade tue, präsentiert, ist es nicht dasselbe, wie vor jemandem zu stehen und die Auswirkungen seines Redens, seines Tuns eventuell sofort, subito quasi spüren zu können. Wenn ich hier jemanden beleidige, und das machen ja viele Gamer, und sage, KYS, ja, kill yourself oder was auch immer, oder stirb an irgendwelchen beschissenen Krankheiten, was leider zu einem großen Trend geworden ist, dass das viele Leute sagen, ohne darüber nachzudenken. Wenn ich das einem Menschen sage, während er vor mir steht, könnte es gut sein, dass er mir im schlimmsten Falle nicht nur was zurücksagt, sondern mir eine reinhaut. Die Kontakte sind anders. Dadurch, dass wir in dieser Welt leben, kann es auch dazu kommen, dass wir eine Selbstbewusstseinsveränderung miterleben oder erfahren. Wir finden nicht mehr in der reellen Welt statt, oder nur noch selten und nur da, wo wir müssen. Dadurch, natürlich, wenn wir diesen Schritt wagen müssen, ist es wie die Reiter, die ins Todestal reiten. Man ist nervös, man ist es nicht gewöhnt, ja, und man weiß nicht, was einen erwartet. Ja, Selbstbewusstseinsveränderung. Man nimmt sich selbst auch ganz anders wahr. Ja, man hat eventuell auch einen Wandel in seiner Einstellung. Seine Einstellung gegenüber sich selbst, gegenüber dem, was man tut, gegenüber den Menschen, die man liebt. Bis hin zu einer kompletten Verfremdung des Weltbilds. Dazu gab es einen Meme, der vor circa zehn Jahren populär geworden ist, dass man nämlich sagt, boah, was ist dieses Real Life? Und kann man das essen, kann man das kaufen, kann man das, was weiß ich, also das reelle Leben, ja? Das war dort, wo die ganzen Hardcore-Gamer angefangen haben, zum Beispiel exzessiv die MMORPGs wie World of Warcraft oder auch zuvor Dark Age of Camelot oder sowas zu grinden oder RuneScape und überhaupt nicht mehr das Tageslicht erblickt haben. Das ist tatsächlich Realität und ich nehme mich da teilweise nicht raus. Ich habe das genauso gemacht, wenn auch mit Einschränkungen, weswegen ich aus Erfahrung sprechen kann, wie man es besser machen kann, ja? Das finale Stadium, das man erreichen kann, ist eine komplette Isolation und soziale Verarmung. Und auch wenn sich das Ganze ein bisschen krass anhört, glaubt es mir, ich kenne Menschen, die genau auf diesem Punkt sind, ja? Und es ist nicht schön. Es ist eindeutig nicht schön. Ja, so ist das. Fakt ist, sollte man in irgendeiner Art und Weise mit diesen Problemen, ja, mit diesem ungesunden Gaming für Körper und Seele zurechtkommen müssen, dann hat man durchaus verschiedene Defizite im richtigen Leben, zum Beispiel in der Arbeitswelt, ja? Man hat Defensive im sogenannten Brunft- und Paarungsverhalten, ja? Das ist auch im Internet, gerade in der neuen Generation, ein unfassbar großes Thema, was aber nur mit Vorsicht oder nur oberflächlich angeschnitten wird, nämlich, dass wir alle nicht mehr paarungsfähig sind, ja? Diskrepanzen werden euch jeden Tag mehr oder weniger aufsuchen, und zwar durch Meinungsverschiedenheiten mit anderen. Insbesondere mit Menschen, äh, die nicht, die keine Spieler sind und, äh, oder Menschen, die ihr liebt, ja? Wie zum Beispiel Familie, eure Frau, beziehungsweise euer Mann, ähm, eure Freunde. Und dadurch, weil man dann natürlich stupide und stur seinem, äh, quasi seinem Meinungsbild, ja, seiner, seiner Meinung hinterherläuft, kann es auch sein, dass man sich isoliert. Und das dürfte dann in den meisten Fällen die Folge sein. Arbeitslosigkeit, ähm, oder wenig Arbeit, also Teilzeitarbeit oder Arbeit, die man nicht möchte, aber grundsätzlich einfach nur tut, weil man danach, ne, weil man leben kann und danach nach Hause gehen kann, ohne dass ihn, dass, dass mich jemand quasi, ähm, darauf anspricht, warum ich das tue, ähm, warum ich game oder was auch immer. Man will es sich halt so einfach wie möglich machen und verzichtet dabei wahrscheinlich, des Öfteren, auf Möglichkeiten, die sich einem auftun, ne? Ja, so ist das. Die Probleme kennen wir alle. Das war jetzt erstmal oberflächlich ein bisschen aufgezählt, ja? Ich hab das Ganze hier, ihr kennt mich ja, ich laber mehr oder weniger in den meisten Fällen eh nur aus dem Stehgreif, aber so ein paar Stichworte habe ich mir gegeben. Und jetzt gibt es die Lösung. Zunächst einmal, warum kann ich euch Lösungen bieten? Ähm, ich sag euch, ich sag euch, wieso ich gerade derjenige bin, den ihr anhören solltet. Ähm, ich habe in meinem ganzen, ganzen Leben, sehr viel Erfolg gehabt. Arbeitstechnisch, ähm, sozial, im Liebesleben, eigentlich in jeder Art und Weise. Ich bin der Psychologie relativ angetan und, ähm, Live-Coaching ist etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Das müsst ihr mir zunächst einmal einfach mal glauben. Wenn ihr es nicht tut, ist es auch nicht so schlimm. Ähm, das Problem ist, es wird sich relativ schnell herauskristallisieren, dass ich weiß, wovon ich rede. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, wenn ich oft mit meinen kleinen Nerdfreunden, ja, ähm, oder mit meinen Nerdfreunden ohne klein, die sind nämlich in allen Altersgruppen vorhanden, äh, irgendwie im TS oder im Discord oder wo auch immer, im Skype, ähm, zusammen bin und spreche, dann, äh, ist oft dieses, dieses, ähm, schwebende Thema im Raum, ähm, wie ich das Ganze so mache, ne? Ähm, ich habe kein Problem mit sozialer Interaktion. Ich finde es sogar um einiges angenehmer, persönlich mit Menschen zu sprechen, als, äh, hier über eine doofe Kamera und ein Mikrofon. Das wäre mir hundertmal lieber. Deswegen fühle ich mich auch nicht ganz so wohl. Also, ich kann nicht in die Kamera schauen und mein volles, äh, Deutschpotenzial, mein, mein, mein Wortschatz, etc., kann ich nicht entfalten. Ich fühle mich dabei immer noch komisch. Ähm, aber das wird sich legen. Ähm, wenn, wenn wir quasi Neulinge dann in der Gruppe haben, ja, dann, äh, bin ich meistens das Alphatierchen, was, äh, die Initiative ergreift und, äh, redet, organisiert, äh, Smalltalk betreibt, links und rechts, vielleicht, ähm, ein paar Witzchen macht, ne. Das klingt jetzt alles erstmal überhaupt nicht wichtig. Aber ihr glaubt nicht, was für einen Impact das haben kann, ja. Ähm, das ist genauso im richtigen Leben, sage ich mal. Wenn ich in den Raum trete, dann, kennt ihr das Gefühl, viele von euch sind vielleicht selber so ein Typ, aber ich komme in den Raum und der Raum dreht sich meistens um, ne. Das ist natürlich eine Sache, die kann man, die kann man schon mal an sich haben, ja, vielleicht von Geburt an. Aber ich glaube, im größten Teil entwickelt sich das Ganze durch Erfahrungen, ne, die man macht und, äh, natürlich wie man sich entwickelt. Ich hab dafür ein großes Talent. Das können die Leute, die mich kennen, können das bestätigen und es ist tatsächlich so, ja. Ja, deswegen glaube ich, die Lösungen zu diesen Problemen zu kennen. Und wir werden das Ganze einfach mal besprechen. Um das Ganze zu vermeiden, ja, was wir eben gerade an negativen Dingen aufgezählt haben, gibt es mit Sicherheit kein Garantierezept. Das sage ich euch so, wie es ist. Aber es gibt Dinge, die man tun kann, um dieses Risiko, dass man so wird, zu minimieren oder im besten Fall sogar die negativen Aspekte umzuwandeln, zu transformieren zu positiven Aspekten. Wie? Vape? Wie ist relativ individuell gesehen schwierig. Man muss sich überlegen, natürlich gilt alles, was ich sage, nicht für jede Person zu 100% oder in irgendeiner Art und Weise, ähm, auch zum größten Teil nicht. Aber es kann durchaus sein, dass es ein oder zwei Aspekte gibt, die ihr euch rausnehmen könnt und die euch vielleicht helfen könnten, solltet ihr in so einer Situation sein und euch nicht mehr selbst 100%ig wahrnehmen könnt und in dieser Welt gefangen seid, ja. Fangen wir an. Zunächst einmal das aller, aller Wichtigste ist, was ich auch manchmal vergesse, ja, ist aktive Pausen einzulegen. Das heißt, auch wenn es nur für 15 Minuten ist, ja, einfach aufzustehen und den Platz vor dem Rechner, vor der Konsole, vor dem Handy oder was auch immer, einfach leer zu lassen, ja. Es gibt mehr als nur Kühlschrank und Toilette neben diesen Plätzen, ja. Das heißt, man kann mehr tun. Das ist ganz eindeutig. Man kann zum Beispiel Dinge auf dem Tagesplan abarbeiten in dieser Zeit. Man kann den Müll rausbringen oder kurz mal das Geschirr waschen. Das darf man nicht schleifen lassen. Das ist das allererste. Intercourses, die man im richtigen Leben hat, haben da Vorrang und dadurch wird Disziplin gefördert und somit auch Charakterstärke. Mit Charakterstärke ist man dann im Umkehrschluss auch in der Lage, seine Prinzipien durchzusetzen, ja. Das ist quasi einmal ein Kreis. Man fängt mit dem einen an und dann beißt sich der Hund in den eigenen Schwanz oder heißt das die Katze in den eigenen Schwanz? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Prioritäten. Prioritäten setzen in eurem Leben, das ist das A und O, ja. Gaming ist nun mal im Endeffekt ein Hobby. Nichts anderes, ja. Wir spielen, weil es Spaß macht. Viele von uns. Die meisten von uns. Manche mögen dann irgendwann mal, wenn sie merken, dass sie dafür ein gewisses Talent haben, auch das Gaming zum Beruf oder zur Berufung machen. Das sind aber die wenigsten. Die aller, aller, allerwenigsten, ja. Ich mache mir auch keine Illusion. Ich weiß, dass ich gar nicht die Zeit habe, so viel Content rauszubringen, dass ich irgendwann mal mit YouTube mein eigenes Geld verdienen könnte. Ja, auf selbstständiger Basis. Quasi als Enterprise, als Geschäft. Die Illusion mache ich mir nicht. Sollte irgendwie, durch Gottes Willen, doch mal eine Möglichkeit existieren oder sich auftun, dann ist das wiederum was anderes. Aber zunächst einmal mache ich das, weil es mir Spaß macht. Ich finde es gut, wenn ihr mit mir diskutiert, wenn ihr mit mir redet und ich finde es natürlich auch sehr schön, wenn ihr Spaß an dem Zeug habt, was ich euch quasi dahin lege oder vorbereite. Das macht mir Spaß. Also ist es ein Hobby. Hobbys, und das ist nun mal der Punkt, kommen zum Schluss. Das ist die Härte des Lebens. Wir sind allesamt keine Prinzen oder Prinzessinnen und haben den ganzen Tag 12, 16, 18 Stunden Zeit, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen und dem zu frönen, was uns am meisten Spaß macht. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Wir müssen in die Schule, wir müssen zu Hause helfen, wir müssen zur Arbeit, wir müssen Brot auf den Tisch bringen in irgendeiner Art und Weise. Indirekt, indem wir unseren Eltern helfen oder direkt, wenn wir selber arbeiten gehen und das Alter bereits erreicht haben. Gaming folgt einer Regel. Tut erst alles das, was in der Prioritätenliste drüber ist. Das kann so nicht nur das sein, das kann auch viel mehr sein. Das kann Rechnungen begleichen, Werkstattbesuche, Amtsgänge, Botengänge, sich mit Freunden treffen und diese Kontakte pflegen, denn Freunde sind uns lieb und teuer. Bis wir sie verlieren, weil sie uns eben nicht teuer und lieb genug waren. Das sind alles Dinge, die wichtiger sind. Und nicht nur Freunde, da geht es um die Familie, da geht es um die Frau beziehungsweise den Mann, da gibt es viele, viele Facetten der Menschen, der Kontakte, die man pflegen muss. Davon abgesehen. Prioritäten. Der nächste Punkt ist, wir wollten zunächst einmal auf die körperlichen Aspekte gehen und das ist glaube ich das, was oberflächlich gesehen zumindest schon mal am ehesten interessant ist, nämlich einfach körperlich aktiv sein. Auch wenn man kein wirklicher Sporttyp ist, so ein Spaziergang, zum Beispiel auch in diesen 15 Minuten, wo wir uns mal tatsächlich eine aktive Pause gönnen, mal kurz rauszugehen, den Müll rausbringen und dann halt nicht gleich wieder reinzukommen, sondern eine Runde um den Block zu machen, kann für jemanden, der das Ganze nie tut, sehr, sehr hilfreich sein. Und ein guter Anfang ist das auch. So was wirkt Wunder. Man revitalisiert seinen Körper in so einer kurzen Zeit um ein exponentiell Vielfaches der Mühe, die man aufgewendet hat. Natürlich wäre es am optimalsten, wenn man aufgrund der langen Sitzphasen, die wir hier haben, auch Sport betreibt. Und dann ist es egal, ob man, keine Ahnung, Morgenjogging macht oder ob man Ballsportarten spielt. Schwimmen ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ist auch gut für unsere Gelenke, die wir nicht so oft beanspruchen, während wir hier sitzen. Was auch immer. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Also ich für meinen Teil habe früher Basketball gespielt. Relativ erfolgreich. Auf jeden Fall hat es gereicht, um eine gewisse Hingabe für diesen Sport zu entwickeln. Das war mein Vorteil. Und danach ist mir eine Sache aufgefallen. Kampfsport ist unglaublich entlastend. Gerade wenn man Competitive Games spielt. Also Spiele, die im Wettbewerb gegen andere gespielt werden und das etwas ernst nimmt. Wie zum Beispiel Counter-Strike. Call of Duty, Overwatch, StarCraft. Egal was, wo man im Wettstreit mit anderen steht, dann kann es durchaus passieren, dass man frustriert ist, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man möchte. Das hatte ich früher sehr oft. Ob es bei Counter-Strike war, ob es bei Diablo war, ob es wo auch immer. Ich hatte das sehr, sehr häufig und mir ist aufgefallen, ich kriege das nicht raus. Und dann war ich zu meinen Teamkameraden teilweise sehr unfreundlich. und habe sie oft runtergemacht, mich über sie lustig gemacht, um mich so besser zu fühlen. Dann habe ich irgendwann angefangen zu, ich habe früher in der Kindheit, habe ich schon Mutai gemacht und jetzt, dann nach der Schule quasi, in der Arbeitszeit, habe ich dann angefangen, wieder zu boxen. Und mir ist aufgefallen, das hat mir sehr geholfen, dort quasi meine Aggressionen rauszulassen und sie dann nicht an anderen Leuten rauslassen zu müssen. Weil der Mensch kann nur ein gewisses Maß an ertragen und dann ist das Maß voll und man muss es rauslassen. Und im ungünstigsten Fall verletzt man jemanden damit. Ja? So. Wo ist immer denn? Wenn ihr nicht so auf Kampfsport ausseit, finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant diese meditativen Dinge, die man tun kann. Yoga, Pilates oder Meditation selber. Ich weiß es nicht. Das sind Dinge für mich, die einen halt runterbringen, die einem helfen, seine Balance zu finden. Und das ist egal, in welcher Art und Weise man das Ganze vollführt, ob nun durch Kampfsport, durch, keine Ahnung. Manche gehen zu Prostituierten, manche gehen halt zum Yoga. Jedem das Seine. Ich lasse mich zum Beispiel auch sehr gerne ab und zu mal massieren. Besonders Kopfmassagen finde ich sehr, sehr schön und entspannt. Und auch wenn das meistens nur eine halbe Stunde ist oder was auch immer, es wirkt. Es wirkt und plötzlich fühlt man sich viel, viel besser. Ja? Auf jeden Fall, ja, vielleicht eine Abwechslung zum stressigen Alltag des Spielens. Der nächste Punkt ist neben den aktiven Pausen und der körperlichen Aktivität auf jeden Fall, bitte, bitte, bessere Ernährung. Klar, Fastfood ist grundsätzlich absoluter Müll. Es ist nicht das Gesündeste. Darüber sind wir uns einig. Es kann sehr lecker sein, es kann schnell gehen, aber im Endeffekt machen wir uns damit unseren Körper kaputt. Meistens ist im Fastfood zu viel Kohlehydrate. Das macht sich dann an unseren Hüften bemerkbar. Zu viel Zucker, zu viel Fett und Fertiggerichte haben zudem sehr, sehr häufig auch noch Geschmacksverstärker oder chemische Zusätze. Diese chemischen Zusätze sprechen absolut gegen ein gesundheitsbewusstes Leben. Ja? Da kann man, im Prinzip macht es keinen großen Unterschied, ob man raucht, ob man sich Alkohol gibt oder ob man sich permanent Chemie in den Körper schmeißt. Ja? Alles hat einen gewissen Effekt, nämlich den, dass man sich ungesunde Substanzen zuführt. Ja? Und im Essen ist es Fastfood grundsätzlich. Süßigkeiten, Fastfood, insbesondere alles das, was nach Chemie schmeckt, ist in den meisten Fällen auch Chemie. Wie können wir dem Abhilfe schaffen? Das ist eigentlich relativ simpel. Ähm, kochen. Ihr lieben faulen Kinder und Kinderinnen, wenn man sich mit Kochen beschäftigt, kann das Kochen grundsätzlich nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Ja? Man kann sein eigenes, gesundes Fastfood machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, zum einen heißt das, wir müssen aufstehen, unseren Arsch bewegen, also ist es gleichzeitig Bewegung und eine aktive Pause. Richtig? Richtig. Zudem können wir uns aussuchen, welch, was alles in unseren Nährwertehaushalt kommt. Ja? Wir können den Nährwertehaushalt kontrollieren. Wir können uns genügend Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren, Eiweiße, ähm, Kohlehydrate, weil Kohlehydrate sind nur in zu großen Massen nicht gut. Ähm, und Vitamine, das können wir uns alles selber zusammenbasteln. Ja? Einen guten Salat, ein bisschen Fleisch ohne großartig viel Soße, ähm, aber natürlich auch so, dass wir uns glücklich fühlen. Ne? Das ist hier kein Diätenberater oder sowas. Hauptsache, ihr macht euer Zeug selbst. Wenn es mal gar nicht anders geht, einmal, zweimal die Woche maximal, ein bisschen Fastfood, bringt uns nicht um. Es darf nur keine reguläre Basis bestehen, auf der wir das Ganze essen. ja? Essen, Nahrung, ja? Wenn wir die ganze Chemie abziehen, dann bietet uns eine ausgewogene Ernährung die beste Basis dafür, gesund zu sein und vor allen Dingen auch gesund zu bleiben. Denn, ich denke mal, darüber brauchen wir nicht diskutieren, Gaming an sich ist jetzt nicht nicht die gesündeste Freizeitbeschäftigung, die existiert. Schlussendlich muss man sagen, wenn man sich schon aussucht, was man alles in seinen Körper reinballert, kann man auch kreativ sein. Kochen an sich kann sehr, sehr viel Spaß machen. Ja? Es ist im Prinzip nichts anderes, als sich eine Geschichte auszudenken. Ja? Man fängt an mit Protagonisten. Prinzessin Kartoffel und König Brokkoli. Ja? Hatten eine wunderbare Beziehung, guter Vater, gute Tochter, bla 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 bla, fuck you. Ihr wisst, was ich meine. Wir nehmen uns einzelne Komponenten, die wir gern haben und machen daraus ein Bild, im Endeffekt. Ja? Kreativ sein macht Spaß und fördert das Hören. Ja? Und im Endeffekt, ich muss euch ganz ehrlich sagen, früher habe ich nie gekocht. Meine Mutter ist eine absolute, eine miserable Köchin. Sie ist unfassbar schlecht. Damit will ich sie nicht schlecht machen. Sie hat andere Qualitäten, die sehr, sehr stark herausstechen. Sie hat wahrscheinlich den saubersten und besten Haushalt mir als Kind geboten, den man sich hätte vorstellen können. Nur mit dem Kochen, weil sie auch alleinerziehend war, kam sie nicht hinterher und hatte sie einfach keine Liebe übrig. Ja? Irgendwann habe ich angefangen und habe gekocht. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich es selber mache, schmeckt es mir viel besser. Ich weiß nämlich, welche Arbeit ich da hineingesteckt habe. Das ist so oft wie in anderen Situationen im Leben. Man weiß, Geld zum Beispiel auch mehr zu schätzen, wenn man selbst dafür gearbeitet hat. Anstatt, dass Mama und Papa mir das Geld geben. Ja? Wichtig. Beim Kochen ist es dasselbe. Und wenn man dann das erste Mal auch vielleicht für jemand anderen kocht und man das Lächeln auf seinem Gesicht sieht und dann die Worte hört, mh, lecker. Boah, das macht einen schon irgendwie glücklich. Ja? Also Kochen ist etwas, wenn man es mit Liebe macht und tatsächlich mit etwas Muße, ja? Dann kann es durchaus wichtig sein, im eigenen glücklich sein und für das Befinden der anderen, wenn man denn für andere kocht. Kochen ist eine ganz, ganz tolle Sache. Nehmt euch die Zeit. Nicht jeden Tag, aber irgendwo muss man anfangen sein. Ja? Jo. Trinken wir nochmal ein bisschen. Seid mal ganz ehrlich. Sollte ich immer die Trinkphasen und die Vapephasen, soll ich die eigentlich rausnehmen oder möchtet ihr das sehen? Ich habe gehört, ich sehe dabei total toll aus. Ne, jetzt mal ernsthaft. Soll ich das rausschneiden? Das sind kürzere Videos. Ich weiß es nicht. Okay. Der nächste Punkt ist die von mir sogenannte Langzeit-Isolation. Ihr seid ja im Endeffekt für längere Zeit einfach körperlich, also zumindest in der reellen Welt seid ihr alleine. Ja? Ihr sprecht mit anderen, aber darum geht es nicht. Der Mensch ist eigentlich nicht dazu gemacht, allein zu sein. Die wenigsten Menschen, ja, sind in der Lage, ein Eremiten-Dasein zu führen. Eremiten-Dasein sprich also wirklich ganz, ganz alleine zu sein. Der soziale Kontakt in Spielen und der soziale Kontakt in Wirklichkeit unterscheidet sich mit einer Sache. Verantwortung und körperliche Nähe. Über die Verantwortung haben wir bereits gesprochen. Die körperliche Nähe ist der zweite Punkt. Man muss sich, ohne jetzt irgendwie sexuell zu werden, man muss sich spüren, man muss sich, man muss die Aura des Anderen fühlen, ja. Das sind Dinge, die vielleicht ein bisschen esoterisch, ein bisschen spirituell klingen, aber durchaus wahr sind, ja. Es ist was anderes, vor jemandem zu stehen. Ist es. Wenn ich jemanden, und das ist halt der nächste Punkt, wenn ich jemandem erklären will, wieso mein Hobby nicht gefährlich oder vielleicht im Endeffekt sogar nützlich ist, Gaming, ja, da muss ich auch in der Lage sein, einen Dialog mit den richtigen Worten zu füllen, ja. Und das ist schwierig, das ist sehr, sehr schwierig, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Ich zum Beispiel habe ein Problem, jetzt quasi in die virtuelle Welt reinzusprechen. Wenn ich mit anderen Leuten rede, dann quasi wie ein Wasserfall und denke überhaupt nicht nach. Da funktioniert mein Hören hundertprozentig und ich denke, das wird auch langsam, langsam, aufgrund der vielen Videos, die ich jetzt gemacht habe, immer besser, ja. Das Problem ist, dass wenn die soziale Interaktion in der reellen Welt fehlt, oft auch das Selbstvertrauen fehlt, die Übung der Sprache fehlt und des Gesprächs an sich, ja. Ein Dialog ist nicht gleich ein Dialog beziehungsweise ist nicht gleich ein Dialog. Ein Dialog ist nicht gleich Dialog, ist nicht gleich Dialog. Das heißt, es gibt gute Dialoge, es gibt schlechte Dialoge und es gibt Dialoge, wo nur einer redet und daraus wird ein Monolog, ja. Das kommt oft vor, insbesondere bei Menschen, die sich eintörteln, die sich wie eine Schildkröte zurück in ihr, ne, in ihr Schildkrötenhäuschen ziehen. Dieses Problem, ja, wenn ich zum Beispiel, dieses Problem kommt ja öfter, ähm, gerade Menschen, die man gern hat und die im eigenen Leben sehr, sehr viel zu sagen haben, ja, denen zu erklären, warum Gaming nicht schlecht ist oder warum man es tut und nicht lieber stattdessen was anderes, ähm, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Ich hab das, ich bin ein erwachsener Mann, ja, und ich hab das Problem bis heute noch. ähm, Familienmitglieder, Freunde, etc., ähm, sind nicht alle damit einverstanden, ne, beziehungsweise eigentlich interessiert sie nicht viel, ähm, aber trotz allem, ne, gerade in der Familie ist es sehr, sehr schwierig. Ach, du sitzt ja schon wieder da, was soll denn das? Und als ich jünger war, war das natürlich noch viel heftiger. Meine Mutter hat mir dann gesagt, die war ja quasi, ne, die kennt das ja, RTL 2 lässt im Endeffekt grüßen, ja, da gibt es genug Geschichten, wo, wo man sich, äh, wo sich junge A, ja, meistens mit dem Namen Ronny oder, ähm, irgendein Justin auf Ritalin oder sowas, keine Ahnung, äh, ein Tristan oder wo auch immer, sich mit seiner Mutter streitet und, äh, ne, diese Konflikte entstehen. Und wenn man nicht in der Lage ist, quasi äquivalent gut darauf zu reagieren, dann hat man ein Problem, dann hat man tatsächlich ein riesiges Problem. Das ist ja in aller Munde. Wir haben diesen Dialog, der ist im Fernsehen, also in den Medien, der ist, äh, bei Freunden, Bekannten, der ist überall da. Gamen ist zwar jetzt Teil unserer Gesellschaft und zwar schon seit längerem. Inzwischen gibt es Gamer, die als Athleten gezählt werden. Es gibt Universitäten, die, äh, Gamer-Stipendien ausgeben. Noch nicht hier in Europa, aber in den USA und das ist ja meistens Vorreiter für zukünftige Machenschaften in Europa, ne? Gamer gehört dazu, aber wir müssen auch lernen, indem wir den Dialog und die Sprache, die sozialen Interaktionen üben, das Ganze zu rechtfertigen. Außer wir möchten den anderen böse machen oder wir bleiben weiterhin ignorant und es ist uns alles egal, was im Nachhinein eigentlich kontraproduktiv ist, weil derjenige, dem wir die Antwort verweigern oder das Gespräch verweigern, dann sauer auf uns ist, ja? Sprache, Gespräche, Dialoge sind super wichtig, ja? Was bringt mir eine Qualifizierung, wenn ich nicht in der Lage bin, bei einem Vorstellungsgespräch zu punkten? Was bringt mir das Aufpassen in der Stunde, Wissen aufsaugen, wenn ich nicht in der Lage bin, Referate zu führen, ja? Wenn ich Angst habe davor, wenn mir das Selbstvertrauen fehlt, wenn ich nicht in der Lage bin, unter Druck, um das Ganze zusammenzufassen, abzuliefern, bringt mir gar nichts. Es bringt mir absolut nichts, ja? Was bringt mir in Counter-Strike Global Offensive der Beste zu sein oder in World of Warcraft das meiste Geld zu haben oder den heftigsten Raid geschafft zu haben oder in Dragonsoul auf dem ersten Platz der Kampfgrube zu sein, wenn ich Maulsperre bekomme, wenn ich Mädel kennenlerne, was mich interessiert, was, ne? Ich führe attraktiv, erachte. Maulsperre. Gerade als junger Mensch, ja? Sind diese Dinge reeller, als wir uns das wahrscheinlich glauben, machen wollen, ja? Man muss oft gegen seine Eltern kämpfen. Man weiß relativ schnell nicht mehr, wohin, ja? Wie gesagt, im Fernsehen sieht man das relativ häufig und auch wenn das eine Geldmacherei ist, spiegelt es ein Stück weit in einem Extrem, aber trotz allem irgendwo die Realität wieder, ja? Beziehungen enden, ja? Weil man nur noch mit Ignoranz, Aggression oder genervt sein damit umgehen kann, ja? Wenn man sich selbst nicht ausdrücken kann, dann passiert das. Beziehungen in allen Formen, die gute Beziehung zu seinen Eltern, ja? Die gute Beziehung mit Freunden, die gute Beziehung mit einer Frau, beziehungsweise einem Mann, weil man zunächst einmal sich zu viel Zeit nimmt für das Spielen und zu dem nicht erklären kann, wieso man das tut. Menschen, die nicht in unseren Schuhen sind, die nicht spielen, sind nicht in der Lage, hundertprozentig zu verstehen, wieso wir das tun. Und wenn ein Mensch etwas für unlogisch erkennt, dann, das ist genau der Punkt, dann, ne? Es ist nicht logisch, ich verstehe es nicht, also will ich es nicht, ja? Dann kommen Fragen auf, wie, immer hängst du vor dem Rechner, du versetzt mich die ganze Zeit, du machst nie deine Schulaufgaben, Harry, es ist Sommer, geh doch mal raus spielen, ja? Oder geh bei Onkel Helmut arbeiten, verdien ein bisschen Geld, bald kannst du deinen Mofa-Führerschein machen oder was auch immer, soll Papa den alleine bezahlen, ja? Wir kennen oder kannten das alle, alle Leute, die viel spielen, kennen dieses Problem, dass andere Leute uns sagen wollen, wie das Ganze funktioniert. Und man kann es ihnen nicht mal übel nehmen, weil die haben diese Generation der elektronischen Unterhaltung meistens nicht mitbekommen oder sind nicht in Kontakt damit geraten, ja? Wie vermeidet man das? Ich sag's euch. Zunächst einmal ist das Allerwichtigste, ihr müsst euch eurer Pflichten bewusst sein, ja? Weil die Leute stellen euch nicht in Frage, wenn ihr den Erwartungen anderer gerecht werdet. Die Erwartungen anderer sind meistens sogar geringer als die Erwartungen, die ihr euch selber stellen solltet. Aus dem ganz einfachen Grund, ähm, ihr seid euch selbst was wert, ja? Nur Gamen ist kein Leben, ja? Das heißt also, werdet euch der Pflichten bewusst und seht sie als das, was sie sind, nämlich notwendig. Wenn wir keine Struktur in unserem Leben haben, ist es kein Leben, ja? Eine gewisse Struktur ist vonnöten. Ich muss Geld auf den Tisch bringen. Ich muss arbeiten. in irgendeiner Art und Weise. Ich bin für mich selbst verantwortlich, ultimativ, ja? Meine Eltern bis zu einem gewissen Punkt, aber die werden sich irgendwann auch sagen, hey, der Typ ist 35, ne? Jetzt mal ein extremes Beispiel, sitzt immer noch zu Hause, geht nicht arbeiten und lebt vom Amt. Das lässt keiner lange mit sich machen. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Schulaufgaben sind gleichzusetzen mit einem Abschluss und eventuell mit einem guten Abschluss. Ein guter Abschluss bedeutet gute Arbeit. Gute Arbeit bedeutet Unabhängigkeit. Unabhängigkeit bedeutet Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet in all ihren Facetten Zukunft, ja? Zukunft mit Geld, mit Haus vielleicht, mit Auto, mit Frau, mit Kindern oder mit Mann und Mann und, ist ja egal, so wie man sich das gerne wünscht. Das ist echt wichtig. Wenn man sich der Pflichten bewusst geworden ist, muss man eine Balance finden, ja? Und zwar Vergnügen, Pflichten und zwei Arten von Vergnügen. Pflichten setzt sich mal alles zusammen, ja? Außer Schlafen. Wir müssen arbeiten, wir müssen zur Schule gehen, wir müssen unsere Pflichten erfüllen. und danach, wenn man sich Vergnügen sucht, ja? Weil das ist gut. Ich meine, man kann leben, um zu arbeiten und man kann arbeiten, um zu leben. Ich bevorzuge ein Mittelding aus beiden, ja? Eine gute Mitte finden. Wenn man sich Vergnügen besorgt oder Vergnügen macht, dann bitte auf zwei Arten. Zum einen natürlich die virtuelle Welt, so wie wir sie kennen und wie wir sie lieben. Das ist eine gute Sache, ja? Ich stehe drauf, ich gehe rein, ich bin niemandem was schuldig, ich kann zocken, das macht mir Spaß. Das andere ist allerdings, unternehmt was mit Freunden. Um Gottes Willen, auch wenn es nicht so, natürlich wird das nicht so oft sein, als Spieler, wie einfach vorm Rechner sitzen und was tun. Aber vergesst es bitte nicht. Ihr müsst das tun. Ihr müsst rausgehen, pflegt eure Freundschaften, ja? Geht raus und bemerkt dann, auch wenn ihr das länger nicht gemacht habt, hey, ich habe total vergessen, wie scheiß lustig das eigentlich sein kann, mit seinen Jungs oder mit seinen Mädels um die Häuser zu ziehen, ja? Diese Balance, dieses Dreieck, ja? Pflichten und die zwei Arten von Vergnügen sind quasi der Grundsatz von gesundem Game. Mit Pflichten meine ich auch zum Beispiel und das geht halt daher vor, die Pflicht auf meinen Körper zu achten. Der von Gott gegebene Körper, sei man nun Atheist oder gläubig, macht eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied, der Körper, der mir gegeben wurde, um das Ganze neutral auszudrücken, ich habe eine Verantwortung. Diesen Körper muss ich in irgendeiner Art und Weise pflegen. Ja? Abgesehen von der logischen Tatsache, dass keiner von uns Bock hat, krank zu werden oder zu sterben oder Schmerzen zu haben oder sonst irgendwas, ja? Das ist auch eine Pflicht, ja? Pflicht und doppeltes Vergnügen in dem Falle, um es einfach zu sagen, ist ein sehr, sehr wichtiges Dreieck, ja? Diese Balance ist das Geheimnis, das ist quasi nichts anderes als die Grundlage. So vereinnahmen wir quasi Disziplin, Spaß und auch soziale Aspekte der Gesellschaft in einem, ja? Ist wichtig. Denkt daran, wenn ihr damit anfangt und wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Anfang, ja? Okay. Jetzt kann es natürlich durchaus sein, dass ihr bereits in so einem Loch seid, ja? Zum einen ist das, passiert das Ganze meistens eher latent. Das heißt, die meisten Leute wissen überhaupt nicht, wo sie gerade sich befinden. Besonders, wenn man noch relativ jung ist, ist es sehr, sehr schwierig, sich einzugestehen, dass vielleicht Mama und Papa Recht haben oder dass mein bester Freund vielleicht nichts mehr mit mir zu tun haben will, nicht, weil er ein Stück Scheiße ist und weil er doof ist oder sonst irgendwas, sondern weil er die Schnauze voll hat, dass ich mich nie bei ihm melde. Es ist schwer, das einzugestehen. Versucht es, versucht es. Ich sage euch, alarmierend ist es, wenn ihr acht, alles ab sechs Stunden kann alarmierend sein. Sechs Stunden zocken am Tag ist für mich eindeutig eigentlich so die Grenze. Der Rest ist eigentlich zu viel, ja? Versucht die Zeichen zu deuten und seid ein bisschen ehrlich mit euch selbst. Seid selbstkritisch. Es ist nämlich nie zu spät, ja? Es ist im Endeffekt eine Art von Sucht, ja? Es ist genau dasselbe, wenn man mit dem Rauchen oder mit dem Trinken oder was auch immer aufhören will. Es ist allerdings einfacher. Warum? Weil man das Schritt für Schritt angehen kann und weil keine, sage ich mal, süchtig machenden Substanzen da eine Rolle spielen. Ja? Außer vielleicht der Geschmacksverstärker vom Mac ist. Ist ja auch wurscht. Okay. So, ähm, das Problem ist, es ist sehr, sehr heftig, hier einen kalten Entzug zu machen. Viele Eltern sagen, ah, PC-Verbot. Konsolenverbot. Du hast für, ne, sofort von 0 auf 100 quasi. Das ist, kann unter Umständen eher einen negativen Effekt sein, ja? Ähm, ich persönlich sehe kleine Schritte als gut an, ja? Für die täglichen Pflichten. Macht einen Tagesplan. Schreiben ist immer besser, als nur drüber zu reden, weil an das geschriebene Wort hält man sich eher, als an das Gesprochene. Deswegen wurden Verträge, ne, ähm, irgendwann mal vom Menschen entwickelt, weil man dann auch einen Nachweis hat, dass es diesen Tag gegeben hat, wo man sich vorgenommen hat, vielleicht ein besseres Leben zu führen. Jede Woche könnt ihr diesen Tagesplan erneuern, ja? Wenn ihr einen Schritt weiter gemacht habt, den halt erweitern, ja? Dadurch wird das auch ein Tagespunkt. Nämlich den Tagesplan zu erweitern, ist auch ein Tagespunkt, ne? Müll rausbringen, vielleicht einmal alle drei Tage kochen, einmal alle zwei Tage rausgehen, spazieren oder laufen, Fußball spielen, was auch immer. 30 Minuten vor dem Gamen lernen jeden Tag, ne? Und das strikt einhalten. Aufräumen zum Beispiel, den besten Freund anrufen oder Oma, Opa, Familie, irgendwas, egal was. Dinge, im Interffekt ist es fast egal, was ihr tut. Hauptsache es ist etwas neutral bis Positives, ja? Mit einem gewissen Sinn und es ist nicht spielen, ja? Wenn man diesen ersten Schritt genommen hat und merkt, dass es erfolgreich ist, dass man das aufrechterhalten kann, ja? Dann erweitert man die Liste, ja? Bis man irgendwann vielleicht nicht mehr alle drei Tage kocht, sondern sich jeden Tag etwas kocht. Dann Strategien entwickelt, wie man vielleicht gutes Essen für länger als einen Tag haben kann, ne? Um es vielleicht auch am nächsten Tag zu genießen oder es einfrieren kann oder was auch immer. Ist man nicht in der Lage, so einen Plan durchzuziehen, würde ich durchaus die Menschen fragen, die mich lieben, auch wenn sie auf den ersten Blick Leute sind, die mir eigentlich bei meiner, bei meiner, bei meinem Abenteuer Gaming auf den Sack gehen, ja? Mama und Papa lieben euch, ob ihr es glaubt oder nicht und eure Frauen sind nur so streng zu euch, weil sie euch lieben und nicht verlieren wollen. So ist das. Was ist denn noch hier? Was habe ich denn da geschrieben? Hm. Ach ja, genau, das ist der nächste Punkt. Ich habe überhaupt gar keine Überschrift dazu gemacht. Der letzte, aber wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt ist, ich habe es schon mal gesagt, ist die Brunft, ja? Die Brunft bei dem Elch ist das Paarungsverhalten bei uns. Schon die Arche Noah hat uns mehr oder weniger gezeigt, egal ob Mensch, ob Tier, wir kommen eigentlich im Paaren, ja? Ob man das Ganze modifizieren möchte und lieber zu fünft ein Paar sein möchte oder vielleicht Amsel mit Mensch und vielleicht Grieche oder Ost-Anatole mit Esel oder was auch immer, macht keinen Unterschied, ja? Was uns, was damit eigentlich gemeint ist, Alleinsein ist nicht, ja? Auch genetisch gesehen natürlich von unserer Biologie her Pflanzen, wir sind keine Zwitter, wir können uns nicht selbst befriedigen, befruchten, befriedigen, befriedigen können wir uns doch selbst, nicht selbst befruchten, um dann eben Nachwuchs zu zeugen, das funktioniert nicht, ja? Aber gerade wenn es darum geht, sind diese Nerds, Geeks, Gamer, Kellerkinder, was auch immer, ja? Oft nicht in der Lage, sich zurechtzufinden. Jeder, der jetzt sagt, das stimmt doch nicht, ja? Ich kriege Frauen, ich habe kein Problem damit, Männer zu bekommen, also das ist übrigens hauptsächlich ein Männerproblem, weil Frauen meistens oder öfter, sage ich mal, Frauen werden öfter geleitet, ja? Als selbst die Initiative ergreifen zu müssen. Jeder, der sagt, dass das nicht stimmt, meint entweder sich selbst und hat tatsächlich ein gesundes Paarungsverhalten oder lügt sich selbst an und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ja? Ich sage euch mal, viele, viele, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, stimmt doch gar nicht, so krass kann das gar nicht sein. Es gibt das Phänomen der Gamer Girls, ja? Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, zum Beispiel twitch.com, ja? twitch.com ist eine Seite, auf denen man streamen kann, live, quasi wie sein eigener Fernsehsender und da können die Leute einschalten und dir zugucken, was du so machst, ja? Relativ schnell, als das, dieses Format rauskam, haben Frauen sogar bewiesenermaßen Frauen, die früher zum Beispiel auf Pornoseiten oder Sex-Telefon-Seiten aktiv waren oder auf Cam-Seiten gemerkt, hey, hier muss ich mich nicht ausziehen, aber das Geld ist dasselbe. Das heißt, die Mädels stellen sich da hin und sagen zum Beispiel, ich spiele League of Legends, ja? Das wird zuhauf im Internet, hier auf YouTube auch besprochen oder auseinandergenommen oder was auch immer darauf gehe ich gar nicht großartig ein. Fakt ist auf jeden Fall, diese Mädels, die ziehen sich irgendwas Enges an, laufen ein bisschen rum, ja? Was weiß ich, machen sich hinten irgendwo eine Wand, auf die sie schreiben, müssen sich natürlich ganz tief bücken und haben vielleicht noch Hotpants an und haben einen Ausschnitt. Das reicht, dass die Zuschauerzahlen bekommen, ja? die ihnen ermöglichen, relativ viel Geld auf Twitch.com zu verdienen, denn natürlich macht man das dort nicht umsonst, wenn man Partner ist, kann man Kohle verdienen, ja? Zudem kann man auch noch Donations, quasi Spenden entgegennehmen und ich kann mich an ein Mädel erinnern, was an einem, in einem Schlag über PayPal 4999 Dollar bekommen hat, weil sie kurz vorher so ein Stückchen ihre Titten gezeigt hat. Das ist kein Ausnahmefall. Das passiert jeden Tag und die Communities sind auch dahinter, damit das nicht passiert. Die Tatsache, dass es allerdings Jungs hauptsächlich gibt, die darauf hereinfallen und Geld ausgeben, um einem Menschen, der sich tatsächlich in den 99,9% der Fällen nicht für den Spender interessiert, mit dem Hintergrund, dass sie denken, boah, wenn ich jetzt Geld rausgebe, vielleicht kriege ich dann Beachtung von ihr oder vielleicht können wir uns ja kennenlernen oder was auch immer. Das ist sehr traurig, dass das tatsächlich Realität ist. Glaubt es, glaubt es nicht, es ist Realität. Man sieht es permanent. Das Mädel lächelt ein bisschen, sagt, du bist mein Internet-Boyfriend, weil du mir gerade 20 Dollar überwiesen hast, bis der Nächste mehr als 20 Dollar überweist und der dann plötzlich mit Namen auf dem Bildschirm steht und dann er halt der Internet-Boyfriend ist. Für normale Menschen ist das total stupide. Warum sollte ich Geld ausgeben, damit irgendeine Chick, die ich überhaupt nicht kenne, mich als für eine kurze Zeit meinen Namen erwähnt und sagt, dass ich ihr Freund bin? Unglaublich, ne? Welcher Schwachmat würde das tun? Ich schwöre es euch, das ist täglich normaler Wahnsinn bei Twitch. Manche gehen so weit, dass sie sogar so tun, als hätten sie Unfälle und dann flashen die eine Brustwarze oder Schlimmeres oder was auch immer und bekommen dadurch so viel Fame, ja, dass egal ob positive oder negative Mundpropaganda, ne? Das hilft. Das hilft tatsächlich, ja. Wir sind so verzweifelt, ja, die Männerschaft heutzutage, besonders die, die halt nicht nach draußen kommen und nicht so in der Lage sind, Frauen kennenzulernen, dass wir uns tatsächlich auf so etwas, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, einen runterholen, ne? Dass wir uns, dass wir geil davon werden, dass irgendeine Tussi, ja, mit uns interagiert über tausende von Kilometern Entfernung. Das ist die Art von Zuneigung, die viele heutzutage im Internet suchen und auch nur bekommen, ja. Eine Liste zu führen, ja, und diese Liste mit all ihren Facetten auszuleben und, ähm, ihr zu folgen, wird zwangsweise auch in diesem Punkt helfen, im Paarungsverhalten. Das Paarungsverhalten hört sich doof an. Für euch Jungs, ihr werdet lernen, mit Frauen umzugehen. Für die Mädels, ihr werdet lernen, vielleicht etwas selbstbewusster zu sein und nicht jedem Typen auf den Leim zu gehen oder was auch immer. Bei Frauen ist es immer schwierig zu sagen, weil die nicht hundertprozentig in derselben Situation sind. Die Dysfunktion, die die, äh, Kellerkiddy-Jungs, die Nerds haben, ja, mit Frauen umzugehen, ähm, das, das hilft dabei zwangsweise automatisch, ja, Disziplin, soziale Interaktion, Prioritäten einhalten, Hingabe, Ehrgeiz, Willen zeigen, ja, oder einfach nur glücklich sein, mit sich selbst zufrieden, nachdem man seine Mitte gefunden hat, ja, durch die Ausbalancierung seines Lebens. Das sind allesamt Attribute, die sehr attraktiv wirken können auf die Gegenseite, ja. Viele verstehen das nicht, aber es ist tatsächlich so. Keine Frau, nur mal so als Beispiel, ja, will mit jemandem zusammen sein, der zehn Stunden am Tag zockt und sie kaum eines Blickes würdigt, ja, aber wenn dieser jemand vielleicht vier bis sechs Stunden zockt, das heißt immer noch seiner Leidenschaft nachgeht, ja, ähm, aber, was weiß ich, zwei Stunden lang mit ihr die Notwendigkeiten des Tages, durchgeht, einkaufen, vielleicht, äh, zur Post gehen oder den Wagen waschen oder was auch immer, dann noch etwas Quality Sexy Time, ja, und, äh, quasi Aufmerksamkeit mit ihr verbringt, ja, also ihr Aufmerksamkeit schenkt und etwas Quality Sexy Time mit ihr verbringt, ja, und sich dann, ja, an den Rechner setzt, als gut situierter, auf beiden Beinen stehender Mann, der entweder zur Schule geht und, äh, sich dort auch anstrengt oder vielleicht schon arbeitet und, äh, Geld nach Hause bringt, auch wenn das nicht das Wichtigste sein sollte, das macht trotzdem mehr Eindruck auf die Frauen. Wenn ein Mann das tut und sich nebenbei noch vernünftig artikulieren kann, ja, dann ist es scheißegal, ja, dann ist es egal, ob er dann vier oder sechs Stunden, ob er dann Golf spielt, mit seinen Jungs unterwegs ist oder am Rechner sitzt oder an der Konsole oder sonst wo. Das ist dann wurscht. Es ist absolut uninteressant, ja, ähm, Fitnessstudio vier Stunden pro Tag oder Zocken vier Stunden pro Tag. Du bist ein guter Mann, dann interessiert es mich nicht, was du in deiner Freizeit machst. Vielleicht interessiert, vielleicht schaffst du es sogar mich für dein, für dein Hobby zu interessieren, ja. Das wirkt autoritär. Das wirkt stark. Das wirkt sicher. das gibt der Frau die Geborgenheit, die sie braucht, ja. Für diese Dinge, die eine Frau möchte, ist es absolut uninteressant, was du dann in deiner Freizeit machst, außer du bummst Schweine im Kinderpuff. Ne, sei dir dessen bewusst, für dich ist dieser Guide nicht geeignet. Es ist dann uninteressant, ja. Das Verhältnis muss stimmen. Ihr könnt nicht zehn Stunden lang zocken und dann erwarten, dass der Rest vernünftig läuft. Man muss auch hier das Verhältnis beachten, wenn die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist. Meine Güte, das ist ein großes Thema. Dieses Thema ist so gigantisch, dass ich mal mit einem Geschäftskollegen von mir die Idee hatte, eine Internet-Dating-Site kostenlos, komplett, durch Werbung finanziert, mehr oder weniger, zu erstellen, in denen Gamer, die schon so tief in dieses Loch gefallen sind, sich untereinander treffen können. Und zwar auf Einladung. So haben wir uns das Ganze überlegt. Es ist noch nicht dazu gekommen, das Patent existiert allerdings schon mal. Fakt ist, es ist ein Riesenthema. Und es wird viel zu wenig beachtet und viel zu wenig darüber geredet. weil sich keiner natürlich für diese Menschen interessiert. Jeder, der die Macht hat, das Ganze zu ändern, der juckt sich nicht darum. Das ist schwierig. Und ich weiß, dass viele von den Kiddies zu Hause sitzen, nicht wissen, wie sie die nächste Arbeit schreiben sollen, weil dort ein mündlicher Teil ist. Angst haben vor der Welt draußen. Manche, ich kenne tatsächlich Jungs und Mädels, die haben Angst rauszugehen und an der Kasse der Kassiererin, nachdem sie ihnen quasi die Sachen abgezogen hat und 55 gesagt hat, Dankeschön zu sagen und dann einen schönen Tag zu wünschen. Oder beim Spazieren gehen jemandem, der mir entgegenkommt, obwohl sonst nirgendwo jemand ist, einfach nur einen schönen Abend zu wünschen oder sonst irgendwas. Das ist traurige Realität. Ich wünschte, es wäre anders, ist es aber nicht. Es ist nicht anders. Es ist genau das, was momentan an der Tagesordnung steht. Und es wird nicht besser, wenn wir nichts dagegen tun, es wird schlimmer. Wir werden, wie gesagt, versteht mich da nicht falsch, mir ist es egal, wie die Menschen aussehen. Schöne Frauen können dick, dünn, hässlich, nee, Moment, das stimmt nicht. Frauen können schön sein, obwohl sie dick, dünn, rothaarig, blond, was auch immer sind. Für mich hat jede Frau etwas Schönes, für mich hat auch jeder Mann etwas Männliches, egal welche Körperstatur ihr habt. Aber wir werden zwangsweise immer dicker, was nun mal absolut ungesund ist. Fakt. Wir werden sozial immer isolierter, weil wir immer mehr über das Internet machen können. Das liegt nicht nur am Gamen, ja, aber das Game tut seinen großen Teil dazu. und wir werden immer weniger in der Lage sein, uns sozial zu engagieren und mit anderen Menschen umzugehen, weil es gar nicht mehr notwendig ist. Aber in den Punkten, wo es notwendig ist, wird es uns immer schwerer fallen, es doch zu tun. Findet eure Mitte. Das ist für mich so das Fazit. Seid nicht so eintönig, macht nicht nur eine Sache, trefft euch mit euren Freunden, vergesst nicht, wie wichtig Freunde sein können, ja. Verzeiht und vergebt, genauso wie ihr möchtet, dass euch verziehen wird und vergeben wird. Behaltet eure Freunde, besonders wenn ihr merkt, das ist ein guter Freund. Feiern gehen kann ich mit jedem, das interessiert nicht, aber auch in schlechten Zeiten, diese Freunde, die, die dann da sind, behaltet sie ganz nah bei euch, ja. vernachlässigt nicht eure Pflichten. Esst gut und seid selbstbewusst. Selbstbewusstsein ist auch ein Riesenthema. Psychologisch gesehen gibt es verschiedene Möglichkeiten, euch zu pushen, ja. Aber das ist ein ganz anderes Video. Wichtig ist, wenn ihr diese Liste, ja, und diese Dreifaltigkeit von doppeltem Vergnügen und Pflichten, wenn ihr damit anfangt, ja, und anfangt, dann werdet ihr auch im Endeffekt gesünder gamen. Das ist das ganze Prinzip. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist jetzt, ich habe eine Stunde lang gelabert, gell, und ich weiß gar nicht, ob das Ganze überhaupt einen Sinn gemacht hat. Deswegen werde ich mir das Ganze jetzt mal angucken und dann schauen wir uns den Shit doch mal an, den ich so geschwafelt habe. Das ist alles, normalerweise müsste man das teilen in mehrere Videos, ja. Man müsste, jede einzelne Kleinigkeit müsste man sezieren und dann wieder zusammensetzen, damit das Ganze irgendwo Sinn ergibt. Ich hoffe, es war trotz allem verständlich. Wenn ihr Fragen dazu habt, Hilfe braucht, vielleicht sogar, auch wenn ich niemand bin, der, dem ihr natürlich, ihr müsst mir gar nichts erzählen, ja, ihr müsst mir gar nichts erzählen, aber mir zum Beispiel geht es gut. Ja, ich gehe arbeiten, ich verstehe mich mit vielen, vielen Leuten sehr, sehr gut. Ich mache mein Zeug und mir geht es auch sehr gut, ja. Mit Frauen habe ich auch kein Problem. Deshalb, wenn ihr Hilfe braucht bei jemandem, der sich tatsächlich zumindest mal ein Stück weit für euch interessiert, mehr kann ich nicht heucheln. Ihr wisst selber, wir kennen uns über das Internet, und eigentlich sagt das schon mal gar nichts aus. Ihr könntet euch kleinen, kleinen Willi nennen, ja, und im Endeffekt Herbert, der Massenmörder sein. Ich habe keine Ahnung für euch, aber wenn jemand ernsthaft in irgendeiner Art und Weise Hilfe zu diesem Thema braucht, dann freue ich mich natürlich auf meinen Kommentar abgeben zu können. Das war nun Leitfaden. Glaubt bitte nicht, dass, erstens, ich will damit niemanden beleidigen, ja. Ich bin selber in der Situation gewesen und bin es natürlich teilweise heute noch. Ich verstehe euch, was das angeht, ja. Das ist nur ein Leitfaden, mehr oder weniger, um vielleicht euch den einen oder anderen Denkanstoß zu geben, damit ihr euch in Zukunft vielleicht in der Lage fühlt, euch zu verändern, wenn ihr es denn für nötig haltet, ja. Ich bin nicht euer Vater, ich bin nicht eure Mutter, ich bin, Mutter wäre schon krass, gell. Ich bin keiner aus eurer Familie. Aber, das Richtige zu tun, das hat mit, hat mit, mit Blut oder Zuneigung oder mit was auch immer, hat es nicht viel zu tun. Das Richtige zu tun ist eine Einstellung, ja. Das Richtige zu tun ist zwar auch subjektiv, aber ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der, der meint, dass 10 Stunden, 11, 12, 13 Stunden am Tag zocken, scheißen, fressen und schlafen, der richtige Lebensstil ist, um glücklich abzutreten, ja. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals, dass ihr, wenn ihr bis zum Ende geblieben seid, die komplette Stunde hier ausgehalten habt. Ich entschuldige mich vielmals für dieses ernste Thema, aber wir hatten ewig kein Talkvideo mehr und ich habe das Gefühl, auch wenn es nicht so viele Leute gucken, wie, natürlich meine Gameplay-Videos oder was auch immer. Ich habe private Nachrichten bekommen und auch Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, hey, ja, du hast vollkommen recht. Das war jetzt zwar nur bei Pokémon und bei den Mobile Games der Fall, aber vielleicht geht das noch ein Stück tiefer. Mich persönlich interessiert das und ich hoffe, dass es euch in irgendeiner Art und Weise geholfen hat und freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Ich werde mich jetzt noch so ein bisschen an die Materialien für das Paladins Review machen und dann werde ich noch ein Wie gut ist rausbringen zu Dragonsoul natürlich. Wer hätte das gedacht? Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe und alles Gute und wie immer, bleibt gesund.